Diese Oberklasse Smart steht hier zum Verkauf. Das weiße Coupé bietet luxuriösen Reisekomfort. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 7000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2013. Das Coupé bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ABS, ESP, Traktionskontrolle, elektrische Fensterheber, Nübelscheinwerfer und noch vieles mehr. Der Oberklasse Benziner gibt eine Leistung von 71 PS an 1,5 Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017